So, nun aber, dritter Anlauf, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks und jetzt auch endlich mit Sound, gerade eben hat er irgendwie mein Headset rausgeschmissen, warum auch immer, ist mir aufgefallen, Gott sei Dank, bevor ich groß angefangen habe hier zu kommentieren und so wirklich viel habt ihr halt nicht verpasst. So, wir sind heute unterwegs, Mannerheim-Linie, Standardgefecht und ja, wir sind hier unterwegs im KV5 mit Kuckuck. Grüße an dieser Stelle, er hat mal wieder ein Replay zugeschickt und hat dazu geschrieben, dass das eine ganz ordentliche Runde war und sogar noch ein kleines Schmankel obendrauf, das will ich jetzt aber noch nicht verraten. Noch nicht zu viel Spoilern, soll ja spannend bleiben. So, wir gucken mal auf jeden Fall, was er hier macht. Ah, kann er, nein, da fährt er, äh, das Objekt da leider ein Stück zurück, sodass er nicht genau drunter durchschießen kann. Und, huch, guck, da steht der Burask schon hier vorne, der Lümmel da. Ja, und der hat jetzt verloren, denn, ähm, der ist nämlich am Nachladen, so wie es ausschaut. Ja, oh nein, 137 nur noch über und der kriegt nur einen kritischen Treffer hin. Der gute alte Killshot, wie wir ihn kennen und lieben bei VOT. Ja, hier schön das Panzerwrack, indem er erstmal jetzt hier vorbei düst, um halt die Distanz zum Gegner nicht zu groß werden zu lassen. Ich bin hier jetzt auch komplett in seiner Sicht, sodass man sehen kann, ähm, wo er auch hinzielt und nicht immer meine Übersicht, die ich ja, ja, huch, da hast du nicht laut genug Russia gerufen, ansonsten wäre der reingegangen, mit Amoreg wahrscheinlich. Und, äh, fängt sich hier noch ein von Bison, der jetzt kann er ihn rausnehmen und, äh, steht 3 zu 2. Ja, wie ich gerade selbst, äh, sehe, habe ich hier, ja, schöner Treffer auf dem Progetto, aber das war ein ziemlicher Low-Roll, ne, das war ja nur, warte mal, was macht denn der standardmäßig hier? 300 Schaden? Ja, konnte man jetzt nicht sehen, weil mein Twitch-Banner davor ist, habe ich darauf geachtet, aber mit 238 ist das ein richtig krasser Low-Roll. Naja, gut, so ist das manchmal. Und dafür macht er jetzt wieder ein klein bisschen mehr Schaden. Der Progetto hier versemmelt den ersten, versucht hier noch ein bisschen, ähm, in die Seite vom KV5 zu kommen und kriegt auch noch den zweiten von drei Schuss rein. Dementsprechend bleibt Kuckuck jetzt bei 1291, ähm, HP erstmal stehen. Das sind auf jeden Fall noch eine ausreichende Anzahl an HP und, äh, reines Achtermatch übrigens, ne, wie ihr sehen könnt. Ähm, das ist ja auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Der KV5 ist eigentlich, äh, ich finde den eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Schöner Treffer hier auf den Patriot. Ähm, der schnallt noch gar nicht, dass er von der Seite beschossen wird, glaube ich, oder der hat keinen Bock mehr wegzufahren. Ja, also er fährt schon noch, aber auch eher so halbherzig, würde ich mal sagen. Jetzt guckt er tatsächlich mal, versucht hier einen Schuss, äh, auf Kuckuck tatsächlich auch noch, äh, rauszuhauen. Aber der Schuss bleibt vor ihm im Felsen hängen, sodass er hier, ähm, überhaupt gar keine Probleme hat. Oh, jetzt hat er Patriot tatsächlich nochmal getroffen, aber der Schuss bleibt in der Panzerung hängen, beziehungsweise prallt von der Panzerung ab, sodass er hier noch ein klein bisschen mehr, ähm, blockt bei Amor nachher auf dem Konto stehen hat. Ja, Skorpion G, ja, das war eigentlich klar, dass der da, ähm, drauf geht und auch reingeht, wenn der Skorpion schießt. Der hat ja einen guten Durchschlag, hat einen guten Schaden. Und Kuckuck macht hier das Richtige, versucht hier, ähm, so nah ranzukommen, dass der Skorpion vielleicht, äh, Skorpionspieler hier, ähm, vielleicht nochmal einen Abpraller kriegt, aber leider nicht. Und dann auch noch ein Highroll dazu mit 520 tatsächlich, ähm, ja, das ist ein schöner Schaden, den hat er bestimmt gerne noch mitgenommen. Also, wenn ich mit meinem Skorpion in die Nähe von 500 komme, dann freue ich mich ja, aber, dass ich mal drüber komme, das habe ich in, keine Ahnung, einem von 20 Spielen oder so. Ansonsten bin ich eher immer so bei 420 oder, hm. Ja, also ich bin eher so die Lowroll-Fraktion, was den Panzer angeht, ähm, ungewollt, aber es ist leider so. Und, äh, ja, 11 zu 9 steht es jetzt hier, HP-technisch kann ich leider nichts dazu sagen, weil, ähm, wie ich, ähm, hatte ich das vorhin eigentlich schon gesagt? Nee, ich glaube, ich wollte und hab dann nicht. Ähm, ich hab meinen Mod noch nicht installiert, äh, noch nicht aktualisiert. Und, äh, dementsprechend kann man hier die HP-Zahlen heute leider nicht sehen. Und, uh, das wird jetzt knapp, da muss er ein bisschen jetzt Glück haben, dass der Patriot, der müsste ja nicht schon nachgeladen haben. Achso, der hat noch versucht einzuzielen, aber prallt hier ab. Glück für Kuckuck, dass der da, er spielt hier ja ganz gut eigentlich, ne, hat die Unterwande hier hinter diesem kleinen Hügel vor sich verdeckt. Hier so, hier ist so ein kleiner Hügel. Da hat er schön gemacht und, äh, am Turm bleibt der Patriot hier hängen und, äh, auch am, äh, hier kann man schön sehen, da an dem, von vorne aus, von dem rechten, da hat ein ordentliches Loch in diesem blöden, äh, in dieser blöden Copola drin. Da wurde er ganz gut getroffen. Und, aber, äh, ansonsten hat er hier, ja, gutes Spiel gemacht bisher. Ähm, auf beiden Seiten wird gerade gecaptured und er fährt jetzt hier runter und guckt, ob da noch, ja, der Progetto steht da noch. Ja, das wird natürlich jetzt, äh, kein Kinderspiel. Der erste vom Progetto geht daneben. Und, okay. Jetzt dreht der Progetto auf jeden Fall auf den Kopf. Ähm, ja, ich denke, das war das einzig wirklich Gute, was er noch hier machen konnte, denn der Progetto hätte bestimmt, der hatte ja noch mindestens zwei Schüsse im Magazin, tippe ich mal. Und, äh, hätte hier wahrscheinlich dann auf jeden Fall mit dem nächsten Schuss oder mit dem übernächsten Schuss vielleicht nochmal penetriert und er wäre weg gewesen. Und jetzt, äh, Haha, ja, sehr cool. Äh, Progetto umgeworfen. Krass, das habe ich auch noch nie gesehen. Unten rechts zu sehen, Progetto 54 umgeworfen. Mega. Na, normalerweise hat man ja irgendwie den Ram oder sonst irgendwas oder einfach, äh, aus dem Gefecht genommen oder zerstört oder wie auch immer. Aber umgeworfen habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Mega cool. Und nachdem dann hier die 30 Sekunden auf dem Dach, glaube ich sind das, ne, äh, abgelaufen sind, Finger an Schaden zu nehmen, der Progetto 54. Und, äh, Kuckuck hat dafür dann quasi noch den Kill bekommen, weil er ihn umgeworfen hat. Mega cool. Ähm, ja. Nun, äh, kann man das ja dann ja auch zeigen, was er als Überschrift hat. The best kill ever. Äh, ja, das, der kommt auf jeden Fall schon nah ran. Das würde ich auch sagen. Gibt natürlich noch so ein paar, wo du dann irgendwie in der Luft springst und schießt und triffst und sonst irgendwas. Aber wie gesagt, umgeworfen habe ich jetzt in meinen acht Jahren WOT, neun Jahren fast, glaube ich, also noch nie gesehen. Coole Sache. Und, äh, ja, trotzdem nur erste Klasse tatsächlich. Aber saugeile Runden auf jeden Fall gehabt hier. Eye for an Eye. Ähm, Schläger, äh, Auge um Auge, Schläger, Duellant, Wirkungsfeuer, Großkaliber und die Top Gun. Er hat hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kills genau gemacht mit dem Progetto hier zum Schluss. Glück auch, dass da keiner mehr kam, der dann jetzt noch angefangen hat zu schießen oder so. Sodass er den Kill hier komplett und vor allem auch die HP komplett für sich verbuchen konnte. Das war sehr, sehr schön. So, 1516 Basis-EP, sechs Kills, 4216 Schaden. Und ich glaube, der Progetto zum Schluss hatte 660 oder sowas, glaube ich, bummelig. Ähm, dementsprechend hatte da hier nochmal ordentlich Schaden dann quasi, obwohl er schon tot war, noch gemacht. Und das ist eine richtig coole Sache. Ähm, die hat man selten, relativ selten. 18 Mal geschossen hat er, 15 Mal getroffen, 13 davon ging durch. Ja, 4216 Schaden gemacht. 618 mit mehr als 300 Metern geschossen. Er wurde zwölf Mal getroffen, fünf Mal durchschlagen, sieben Mal nicht durchschlagen. Konnte 1920 Schaden blocken, äh, hat niemanden gesichtet, was ein Wunder. Die russischen Panzer sind ja auch blind wie Sau. Und, äh, also ja gut, bei den Lights natürlich nicht. Aber, ähm, so ein russischer Heavy, der, ja, ist nicht gerade gesegnet, was Sichtweite angeht. Insofern, kein Wunder. Aber er konnte immerhin sieben Gegner beschädigen, sechs zerstören, 457 Unterstützungsschaden. Das ist jetzt auch nicht so viel. Hätte er da ein klein bisschen mehr gehabt. Ich denke mal so an die 1000, 1500, na, 1000 hätte wahrscheinlich sogar schon gereicht. Na, 1500. Also irgendwie sowas um den Dreh. Dann hätte er den Panzer vielleicht sogar auch gemeistert. Aber mit 457 ist das leider ein bisschen zu wenig. So, 2,44 Kilometer gefahren. Und mit seinem Premium-Account plus 50.000 Mission-Payout, äh, hat er 132.000 Gewinn gemacht. Ansonsten wäre es halt, ja, 80.000. Aber dafür, dass es kein Premium-Panzer ist, ähm, ist selbst ohne die 50.000, wären hier die 70.000, äh, auf jeden Fall noch eine gute Hausnummer gewesen. Aber so eine Runde muss man auch erstmal hinlegen. Darf man natürlich nicht vergessen. Und hier hat er den Progetto, ähm, Destroyed. Ne, warte mal. Ne, das ist der Progetto hier. Genau, der 54er war es. So, hier, den haben wir. Äh, Destroyed Weagle. 1099 Schaden insgesamt hat er an dem gemacht. Äh, ja, also. Schön, schön. So, dann gehen wir hier hin. Ach ne, das hatten wir schon. Ach, ich bin schon durch. Mensch, ja, siehste, ich bin noch ein bisschen geflasht von dem Kill. Der war cool. Ähm, ja, schön. Vielen Dank fürs Einsenden. Ich hoffe, dir und euch hat's gefallen. Und, ähm, ja, wenn ihr natürlich ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir zukommen. Discord, Teilzeitwikinger, mit großem W. Äh, flens1980 ingame oder rob2care.web.de. Und dann, ähm, zeige ich hier auch eure Replays. So, dann bin ich jetzt erstmal raus und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm, ja, viel Spaß beim Gucken, wann auch immer ihr das guckt, äh, ob nachts, tags, morgens, wann auch immer. Äh, viel Spaß dabei und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank.